Was geht ab? Hier ist Simon Desti und ich bin gerade etwas krank, deswegen lege ich einfach auf dem Sofa und ihr habt mir Fragen gestellt, ich werde sie beantworten und das Spiel ist von den Außenseitern. Hallo. Ja, und ich übernehme es jetzt mal ganz kurz. Ihr stellt mir Fragen und ich antworte auf sie, habe aber nur eine Sekunde, ich muss sofort darauf antworten, das erste was mir einfällt. Anton sagt mir heute die Fragen und ich kenne sie nicht und antworte einfach drauflos. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Wie heißt du? Simon. Deine Lieblingsserie? Oh, Breaking Bad. Gerade zu Ende hingucken. Ich bin richtig traurig. Wer spielt bei Harry Potter am besten? Hermine. Heißt sie überhaupt so? Wie heißt sie? Elissa Weiss? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Wie heißt sie? Emma Watson. Du glaubst du an Aliens? Ja. Wie alt bist du? 1,22. Was? Was kostet die Welt? Nichts. Haftbuffee sagt gerne. Oh. Sollen Frauen lieber schön oder schlau sein? Eigentlich beides, wenn es geht. Oder. Oder. Dann lieber schlau, weil... Was willst du mit einer richtig hübschen, wenn sie so richtig total blöd ist? So wie du. Wieso können Pinguine nicht fliegen? Weil sie zu fett sind. Wieso gibt es kein Katzenbutter mit Mäuse-Geschmack? Digger, was ist das für eine Frage? Hä? Mögen die Mäuse eigentlich. Ich hab gehört, die machen das nur um den Besitzer zu zeigen. Guck mal hier. Irgendwie so. Okay. Super beantwortet. Danke. Wie würdest du deine Schlange nennen? Äh, Alaconda. Keine Ahnung. Was ist dein größter Traum? Ich will Tomowland auflegen. Seit 2014. Das ist ein wirklich Traum. Was macht dich glücklich? Du machst mich glücklich. Wenn die Zahl 4 nach der Zahl 3 kommt, was kommt vor 0? Vor 0? Ja. Minus 1? Hast du schon mal als Banane verkleidet eher kodiert? Darüber möchte ich nicht sprechen. Was hältst du von diesem krassen Antwort? Alle reden. Was? Was hältst du von diesem krassen Antwort? Wir haben schon von Anton gehört. Ich hab gehört, der sitzt gerade hinter der Kamera. Ja, der ist ziemlich cool, aber irgendwie auch komisch. Wie würdest du heißen, wenn du ein Mädchen wärst? Anton. Was heißt Regen rückwärts? Magst du mich? Ja. Magst du Chicken Wings? Ja. Was willst du im nächsten Leben sein? Ein Schmetterling. Was kannst du am besten? Fliegen. Warum sind die Fragen so so? Keine Ahnung, was gibt's für Fragen? Was ist für dich die beste Erfindung? Internet. Würdest du YouTube-Videos machen? Nee, ich glaub nicht. Würdest du dich? Es wär nichts für mich. Ich glaub, YouTube-Videos und so ist nicht mein Ding. Was würdest du als Präsident ändern? Oder erfinden? Oder einfinden? Ich würd eine neue Reger schaffen. Alle Frauen müssen sich einmal täglich im Weißen Haus bei mir melden. Und ähm, ja, bisschen chillen. Wieso verkleidest du mich als Junge? Damit keiner weiß, dass ich eine Frau bin. Wie alt warst du mit 12? 13. Was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Keine Ahnung, Ball. Wie heißt du? Simon. Ja, Simon. Das hatten wir schon, ja. Fängst du jetzt wieder verfordert? In welchem Playstation-Spiel würdest du gerne die Real-Life-Rolle spielen wollen? Oh, GTA. Wer ist gerade neben dir? Nimmer. Was? Ist das so eine Frage, was? Äh, trugst du gerne? Klar, Standard. Die ist mal im Club. So richtig schön für die Boys. Würdest du eher einen Tag als Miley Cyrus verkleinert sein? Oder als Teletubbie? Äh, Miley Cyrus. Einmal so. Die Truckler auch gerne, ne? Okay, Teletubbies auch, oder nicht? Teletubbies. Stimmt, wir haben angefangen, ne? So. Jetzt die 5 Freestyle-Session. Jetzt die... So, das war's erstmal. Jetzt kommen noch die 5 Freestyle-Fragen von Special Guest Dima Kosov. Okay, wie weit ist es bis zum Mond? Sehr weit. Genau. 3.000 Millionen Meter. Wie ist der vorletzte russische Präsident? Gorbatschow. Nein. Aber wo geht die Sonne auf? Da, immer hier hinten. Wo geht sie unter? Irgendwann auf der anderen Seite. Warum schmeckt Kaffee nach Kaffee? Weil das nicht nach Kakao schmeckt. 5 Freestyle-Fragen von Special Guest Dima Kosovski. Leute, das war's jetzt mit dem Video. Schreibt eure Fragen in die Kommentare rein. Und, ähm, danke als Special Guest Dima Kosovski und Anton Banderas. Wir sehen uns zunächst mal. Das war's mit den Fragen-Antwort. Cheers! Während ich rede, musst du ausmachen. Uh! Das sind Dinge, die Ausländer sagen. Bruder, ja. Ja, ey. Ich bin nur 5 Minuten da.